Willkommen zu den heutigen Vivi-News. Apple geht einen entscheidenden Schritt mit seiner Augmented Reality und heute besprechen wir auf jeden Fall auch was das für einen Einfluss auf Vivi haben wird. Außerdem kommt der nächste Hulk-Drop auf uns zu, was den Airdrop des Hulks hier auf jeden Fall deutlich näher bringt. Unter anderem schauen wir uns auch noch die nächsten beiden Comic-Drops an. Das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's dein Captain, dein Vivi-News mit den wichtigsten Vivi-News, die du hier draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute, wie ihr seht, hier auf jeden Fall schon in einem ganz anderen Setup wieder mal. Denn ich bin gerade nämlich tatsächlich in Kanada am Reisen und dementsprechend werdet ihr dieses Setup hier noch etwas öfter sehen. Schreibt mir auf jeden Fall sehr gerne unten in die Kommentare, wie ihr auf jeden Fall hier die Audio findet. An der Bildqualität wird sich wenig getan haben, aber an der Audioqualität auf jeden Fall einiges. Deswegen schreibt es sehr gerne mal unten in die Kommentare, ob es für euch so in Ordnung ist, ob ihr das gut findet, schlecht findet. Dann werde ich da schauen, was ich dann machen kann. Jetzt würde ich aber sagen, schnacken wir nicht mal weiter rum, sondern starten auch direkt rein ins Video mit den wichtigsten Sachen für heute. Ich würde sagen, starten tun wir an dieser Stelle ins Video mit einer sehr positiven Sache, denn es geht nämlich um das neue Drop-System und das Waitlist-Drop-System. Und dort gibt es auf jeden Fall sehr positive Meldungen vom Test-Drop, denn dort schien eigentlich wirklich relativ viel reibungslos zu laufen. Es gab schon noch einige Fehler, wo man ausbessern muss, aber dafür ist ja so ein Test-Drop da, um solche Fehler zu identifizieren. Jetzt sieht es aber eigentlich ziemlich gut aus für dieses neue Drop-System. Und dementsprechend rechne ich persönlich damit, dass wir schon in Q3 wirklich vollständig das Ganze etabliert haben für jeden Job. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob ich damit recht behalte oder nicht. Wir haben auf jeden Fall schon einen Drop jetzt, der kommen wird, der tatsächlich auch schon wieder mit Waitlist ist. Also es kommt immer, immer mehr und auch immer, immer näher hier auf jeden Fall mit dem neuen Drop-System. Anschließend kommen wir zum nächsten Punkt und zwar nämlich dem David-You-Interview. Und hier hat nämlich David unter anderem einen Kommentar zum Golden und Silver Logo gegeben. Und hier wird es anscheinend auch bald einen Air-Job bzw. eine Craft-Möglichkeit geben für dieses Logo, für Logo-Halter. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was es dann sein wird. Ich werde dich natürlich hier auf dem Laufenden halten, wenn es dazu etwas Neues gibt. Aber ich denke, das wird noch etwas dauern. Ansonsten kommen wir zum nächsten Collectible-Job und das ist nämlich der nächste Hulk-Job. Und das ist nämlich der zweite von vier Jobs, die wir jetzt hier sehen werden. Das wurde ja schon angekündigt und der fünfte wird dann sozusagen ein Air-Job sein, wenn man alle vier Hulks in einem Set hat bzw. alle vier Hulks besitzt. Und das ist meiner Meinung nach eine sehr coole Sache. Das Ganze wird ja am Mittwoch um 17.00 Uhr in deutscher Zeit droppen. Und wir haben hier auf jeden Fall das Ganze natürlich auch mit Sound. Und ich würde sagen, das schauen wir uns auf jeden Fall hier auch direkt mal ganz kurz an. Ja, so sieht das Ganze aus, was wir hier bekommen werden. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du von diesem Job hältst. Schreibe es mir sehr gerne unten in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall direkt den nächsten Job an. Und der nächste Job ist der nächste Tarzan-Comic-Job. Und das wird hier unter anderem auch am Mittwoch stattfinden, aber um 21.00 Uhr deutscher Zeit. Wir werden das Ganze natürlich wie immer hier mit fünf Covern sehen. Das sind einmal die Cover, die wir jetzt hier sehen werden. Und das Ganze ist aber auch kein Job, den ich persönlich mitnehmen werde. Da wir einfach hier wirklich wieder auch ein sehr, sehr schlechtes Datenverhältnis haben auf Co-Collect. Wie ihr schon seht, der 9.8 gerade mit 580 Dollar. Das ist einfach absolut nichts. Und dementsprechend für mich persönlich nichts, was ich mitnehmen werde an dieser Stelle. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall auch den nächsten Edge-of-Spider-Wars-Comic an. Und das ist nämlich die Hashtag 5, was wir hier sehen werden am Donnerstag um 17.00 Uhr deutscher Zeit. Und das Ganze natürlich wie immer mit exklusiven Rare- wie auch Ultra-Covern. Außerdem haben wir die First Appearance von Peony Sparker mit dabei. Und das Ganze würde ich einfach mal diesen Covern droppen. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, was du von diesem Comic hältst. Schreib es mir sehr gerne unten in die Kommentare. Ich persönlich finde das Cover an sich schon relativ cool. Erst recht die Secret Rare müsste das sein. Die sieht schon ziemlich cool aus. Aber ansonsten kein Job, den ich mitnehmen werde. Denn auch die Daten auf Co-Collect sind einfach schon ziemlich schlecht. Ich muss mal ganz klar sagen, 9.8 Karten für 130 Dollar ist einfach schon sehr, sehr wenig. Kommen wir anschließend zum Thema, was mich persönlich die letzten Tage sehr bewegt hat. Und das ist Vision Pro, beziehungsweise hier die neue Brille von Apple, die rauskommen wird. Zum Thema Augmented Reality, wie auch VR. Das Ganze wird zwar erst Anfang nächsten Jahres wirklich in den USA auch released werden. Nichtsdestotrotz definitiv ein Produkt, was man nicht außer Acht lassen sollte. Denn man muss wirklich sagen, Apple hat sich hier extrem viele Gedanken gemacht. Was das Design angeht. Und meiner Meinung nach ist das extrem gut gelungen. Man sieht hier tatsächlich auch die Augen, nämlich durch das Display durch. Was meiner Meinung nach wirklich ein Feature ist, was extrem cool ist. Und das Ganze ist einfach meiner Meinung nach auch sehr, sehr stylisch. Wir können uns das Ganze hier mit ein paar Bildern anschauen. So sieht das Ganze einmal aus. Und du kannst dir vorstellen, das Ganze wird natürlich nicht billig sein. Das Ganze wird 3.500 US-Dollar kosten. Jetzt würde der eine sagen, oh ja, damit wird man definitiv keine Massenadaption schaffen. Das ist auch korrekt. Natürlich mit so einem Preis wirst du das langfristig nicht schaffen. Das ist natürlich aber auch nur das erste Produkt. Und über Jahre bzw. über die nächsten Visionen wird dann auf jeden Fall auch der Preis sinken. Das ist ganz klar. Ansonsten meiner Meinung nach sehr komfortabel sieht das Ganze aus. Und aber auch tatsächlich hier sehr viele Funktionen, die sehr, sehr spannend sind. Nicht nur für Apple-User, sondern natürlich auch für uns in der Vivi-App. Beziehungsweise für uns als Vivi-User. Denn du hast natürlich eine unfassbar gute Augmented Reality Experience, wie auch VR-Experience. Und das wird extrem interessant werden, wie hier Vivi mit Apple zusammenarbeiten wird, um hier wirklich die bestmögliche Experience zu bieten. Was schon fest steht, dass das Ganze natürlich auch für das Vivi-Verse hier funktionieren wird. Das heißt, man kann hier seine Apple-Brille auf jeden Fall auch dafür nutzen, um zum Beispiel ins Vivi-Verse zu gehen. Und man sieht auch tatsächlich hier auch schon bei den ganzen Brillen, die Grafik ist wirklich extrem, extrem gut. Und dementsprechend meiner Meinung nach wirklich extrem revolutionär. Und auch hier ungefähr eine wichtige Sache für die Massenadaption. Nicht nur von Digital Collectibles, sondern natürlich auch für die gesamte Bandbreite von Augmented Reality, wie auch VR. Schreib mir sehr gerne mal unten in die Kommentare, wie du das Ganze findest. Und vielleicht auch, ob du dir theoretisch gesehen, wenn du das Geld hättest, dir so eine Brille kaufen würdest oder ob du es lieber lassen würdest. Schreib es mir sehr gerne unten in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittagernabend. Und bis dann, Herr Käpt'n. Ciao, ciao.